Also, ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Vermeer? Könnte ich auch malen. Rembrandt? Genau so. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig? Nee, finde ich nicht schwierig. Eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich Fälscher geworden bin. Für mich war Malen nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach drei Tagen gesagt. Ich hab so Gemälde gekauft, hab's dann auch restauriert. Und dann hab ich irgendwann gemerkt, dass die Händler sagten, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen. Wenn das so ist, hab ich mir überlegt, wieso malst du es da nicht komplett neu? Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team es geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuscheiden. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. So, jetzt haben wir wieder den Original. Barcelona Dreck von 1915. Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Wir entstanden sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Wir hatten halt immer den Eindruck, dass er noch nicht viel arbeitet. Ich hätte 2.000 Bilder machen können und der Markt hätte sie aufgenommen. Ich habe immer ein Produkt, weil wir ein paar Millionen Euro verdienen. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für eine halbe Million als eins für 10.000. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Ich hätte mir so gern Palazzo in Venedig gekauft. Ja, dann habe ich den Palazzo Vinicelle getauscht. Ein bisschen Marc, vielleicht. Aber du und sensibel. Wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild da hin, dann denkt man, ja verdammt, jetzt hängst du in allen möglichen Museen rum und keiner weiß, dass es von dir ist, ne? Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das gelesen haben, dass da jemand sagt, das ist ein Campendong, wie er lebt und lebt und auch noch einer der schönsten? Ja, hat er doch recht. Das war es. Ja, der ist. Das war es. Untertitelung des ZDF, 2020